Heute gucken wir uns Unit-Tests in JavaScript an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Jest bzw. um Unit-Tests in JavaScript und wir nutzen dazu das Framework namens Jest. Das Ganze integrieren wir in unsere Standard-Entwicklungsumgebung, die ich letztes Jahr erst geupdatet habe. Und wenn ihr Fragen, Probleme oder Vorschläge für tiefere Unit-Tests oder Testing-Videos im Allgemeinen habt, dann schreibt doch einfach mal ganz oben in der Discord-Community oder tauscht euch mit anderen über JavaScript und alles, was mit Web-Entwicklung und Frontend-Entwicklung zu tun hat, aus. Ansonsten, ja, verlieben wir keine Zeit, legen los und auf geht's! So, und das geht's mit unserem kleinen Hands-On. Das Erste, was wir brauchen, wenn wir natürlich Unit-Tests in JavaScript nutzen möchten, ein Test-Framework. Und hierzu nutzen wir Jest, deswegen geben wir hier unten in die Konsole einfach npm ijest-save-dev ein. Das Ganze installiert jetzt kurz und wenn das fertig ist, machen wir weiter. So, das Ganze ist jetzt erfolgreich installiert und wir gehen jetzt hier in unserem Skript-Bereich, in unser Package.json und sagen hier einfach Test, Doppelpunkt, zack, und sagen hier Jest. Was heißt, der Befehl Jest führt unsere Test-Suite aus. Wir können natürlich hier jetzt auch jede Menge Flex, zum Beispiel Watch, dranhängen, damit das immer automatisiert ausgeführt wird. Ich zeige euch aber gleich einen Weg, der deutlich angenehmer ist, als das in der Konsole zu machen. Aber wir brauchen das zum Beispiel für eine CICD-Pipeline, dass wir das einmal erfolgreich durchlaufen lassen können und so etwas. Das Ganze passt jetzt soweit, wir können das hier auch mal resetten, weil das Ganze brauchen wir ja gleich ein-, zweimal als Test. Aber wie gesagt, es gibt eine bessere Möglichkeit. Hier in unserer MainJS habe ich schon eine kleine Funktion vorbereitet, und zwar einfach eine Function mit dem Namen Add. Die erwartet zwei Parameter, addiert diese beiden Parameter und returned uns das Ergebnis, also die Summe von A und B. Außerdem exportiere ich quasi unsere Funktion Add, sodass wir die in anderen Dokumenten nutzen können, und in dem Moment können wir unsere Tests definieren. Es gibt hierfür ganz verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, hier einen neuen Ordner mit Tests anzulegen. Das habe ich in der Vergangenheit oft gesehen, und dass man dann in diesem Ordner quasi alle einzelnen Test-Suites laufen lässt. Das wollen wir aber nicht, sondern ich bin persönlich mehr ein Fan davon, hier einen Pfeil anzulegen mit main.test.js. Und hier dann quasi in diesem neuen Dokument, war das immer nicht so richtig gut, hier in diesem neuen Dokument main.test.js, alles zu integrieren. Ich kann das Ganze auch mal ein bisschen größer machen. So, in dieser Datei werden wir jetzt quasi unsere Unit-Tests schreiben, und das Erste, was wir hier dazu machen, ist, wir legen uns eine neue Variable an. Okay, wir müssen uns ein bisschen kleiner machen, und diese Variable heißt Test und erwartet oder requiert uns einfach nur, dass wir unser Main-File laden. Das heißt, so, das haben wir jetzt geladen und können jetzt einen Test schreiben. Das machen wir einfach mit Test. Hier erwarten wir einen String und starten hier drin eine kleine Funktion. Und diese erwartet jetzt beispielsweise einfach mit expect at 1,2, was heißt, wir übergeben jetzt der at-Funktion aus main.js, geben wir einfach nur 1,2 und erwarten, dass das Ganze to be 3. Das heißt, dass uns diese Funktion hier 3 zurückgibt. Das ist das, was wir erwarten. Das kann natürlich alles möglich sein. Es könnte zum Beispiel to be 5, to be null, to be string, to be undefined, to be alles möglich. Also es gibt ganz viele von diesen to be-Funktionen, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. In Jazz, darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil das eigentlich genau das ist, was hier auch steht. Das heißt, wenn da steht to be defined, dann erwartet diese Funktion, dass das Ganze to be defined ist. Ob das Ganze to be true see, to be false hier ist, sind zum Beispiel, ob die Funktionen true oder false zurückgeben. Das heißt, es ist ziemlich selbsterklärend. Was hier oben in diesen String reinkommt, ist einfach nur eine Beschreibung von dem, was wir jetzt machen. Zum Beispiel erwarten, dass 1 plus 2 gleich 3 ist. Also das ist das, was wir erwarten. Wir haben hier die Funktion, die 1 und 2 addiert und erwarten, dass es 3 ist. Wenn ich das Ganze jetzt so abspeiche und hier unten einfach npm run test eingebe, dann läuft das Ganze jetzt durch und in unserem Fall erkennt er auch hier schon, dass es ein Testfile ist. Und man sieht hier, es ist grün. Das heißt, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt eine erfolgreich mit 100% Testabdeckung getestete Add-Funktion hier drin. Das ist schon alles, was es zu ihm in der Test zu wissen gibt und wir machen nächste Woche Spaß. So leicht ist es natürlich nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was erweitern. Das heißt, diese Funktion testet quasi wunderbar, dass unsere Basic-Funktionalität gegeben ist, allerdings nicht alles. Und der eine oder andere wird sich jetzt wundern, was diese drei Befehle hier sind. Und das liegt daran, dass ich ein Plugin installiert habe. Und dieses Plugin suchen wir jetzt einmal kurz mit Jest und dann bekommt ihr hier den Jest-Test-Explorer. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier können wir einfach hingehen und kriegen hier dieses Reagenzglas, wo wir jetzt schon sehen, unseren SRC-Ordner, hier unseren JavaScript-Ordner und hier unser main.test.js-File. Das kann ich jetzt auch aufmachen. Und hier seht ihr jetzt, ist unser Test-String, den wir erwarten, steht auch hier drin. Und hier oben kann ich jetzt hingehen und sagen, ich enable jetzt Autorun. Und in dem Moment, wenn ich jetzt in unsere JavaScript-Datei zum Beispiel hier einfach nur einen Absatz einfüge, dann seht ihr, dass das Ganze blau wird. Und in dem Fall, wenn es durchgelaufen ist, alles grün wird. Unsere ganzen Tests waren erfolgreich. Und ich habe ganz häufig, wenn ich programmiere, dieses Fenster einfach offen und sehe dann quasi, dass alles erfolgreich durchgelaufen ist. Das nächste, was wir hier machen können, ist, wir müssen jetzt vernünftig testen. Das testet unsere Basic-Funktionalität. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn wir jetzt die Situation haben, erwarten, dass nicht 1, sondern zum Beispiel sagt jemand, hey, ich gebe jetzt dieser Funktion einfach hallo plus 2. Und hier erwarten wir nicht, dass es 3 ist, sondern wir erwarten, dass das Ganze undefined wird. Weil, ja, wenn wir ein String plus eine Zahl addieren, erwarten wir nicht, dass da hallo 2 zurückkommt, was zurückkommen würde bei JavaScript. Das heißt, wir sagten, okay, das soll undefined sein. Das Ganze können wir jetzt hier unten auch testen, indem wir nicht sagen to be 3, sondern to be undefined. So, und hier übergeben wir jetzt nicht 1, sondern hallo. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir, dass hier ein zweiter Test ist. Allerdings ist der fehlgeschlagen. Der erste funktioniert weiterhin, aber der zweite ist fehlgeschlagen. Und wir sehen jetzt, wenn ich das hier mal ein bisschen kleiner mache, auch received hallo 2. Das heißt, wir sehen jetzt direkt das Ergebnis. Und wir können jetzt hier run, debug, show log oder show in Test Explorer. Dann öffnet sich hier dieses Fenster wieder. Und wenn wir hier auf das show in Source, gehen wir hier auf unseren Test. Das heißt, so kann man auch ein bisschen hin und her switchen, wenn man nicht weiß, wo genau das jetzt gefailt ist quasi. In unserer main.test müssen wir das jetzt natürlich abfangen. Das heißt, wir sagen jetzt einfach if is none are done return uns einfach die Funktion. Also sage, dass es undefined ist. Jetzt läuft das wieder durch. Und in dem Fall sollten alle Tests erfolgreich durchlaufen. Und jetzt haben wir wirklich etwas getestet, was sinnvoll ist. Das heißt, wir haben jetzt getestet, was passiert, wenn a keine Zahl ist. Was soll dann passieren? Und so müsst ihr quasi vorgehen. Ihr müsst überlegen, welche Fälle sind sinnvoll, welche Fälle sollte man abdecken, welche könnten zu üblen Problemen bei einem Programm führen. Bei Unit-Tests ist es aber immer so, es ist quasi kein Limit nach oben, aber so das Mindeste sollte abgedeckt sein. Also zum Beispiel das Mindeste sollte das hier. Das sollte einfach funktionieren, weil das die Kernfunktionalität der Geschichte ist. Und so die Basic-Fehler. Was heißt, wenn man zum Beispiel hier null undefined ein String, ein Objekt reingibt, dann sollte das zum Beispiel kontrolliert werden, dass es immer ein Number zurückgibt oder halt undefined. Also da muss man einfach überlegen, was oder wie man seine Funktion am besten testen kann, um zu verhindern, dass wenn ein Entwickler hier hingeht und zum Beispiel hier sagt, hey, ich brauche jetzt aber irgendwie zum Beispiel ein Euro-Zeichen dahinter, dass sowas nicht einfach, ups, das war unabsichtlich, dass nicht einfach hier so ein Euro-Zeichen da reinkommt, weil das würde dann fehlen und das würde dann euren Unit-Tests auch zerstören. Natürlich ist das jetzt hier problematisch, wenn ich jetzt hier eine Funktion habe, die irgendwie 30 Unit-Tests nach sich zieht und dann habe ich hier ewig viele Unit-Tests. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich. Hier gibt es noch eine weitere Funktion, nämlich einmal describe und die erwartet auch ein String und auch eine Funktion. Und hier kann ich jetzt einfach meine Unit-Tests nehmen und einfach da oben reinschieben. Genau so, zack. Und jetzt habe ich die quasi einfach verschachtelt in describe, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir hier unsupported, weil ich hier noch nichts drin stehen habe, kann ich zum Beispiel sagen Test-Add oder Function-Add. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir hier, wir haben jetzt in unserer main.test.js quasi eine Gruppierung von Unit-Tests und ich kann das Ganze hier auch ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, ich kann jetzt auch, wenn ich hier jetzt 10 Funktionen unserer main.js habe, kann ich hier 10 von diesen describe-Dingern reinpacken und kann die einzeln testen. Das ist einfach ein bisschen für die Übersichtlichkeit. Und hier drin sehen wir dann wieder unsere einzelnen Testfälle. Das ist unser Quick-Dive. Falls ihr mal gerne einen, in Klammern, komplizierten Ansatz sehen wollt, wie man noch komplizierte Einzelfälle testen möchte oder sowas, schreibt mir das mal unten in die Videokommentare. Das hier war wirklich das Basicste, was es zu Unit-Tests zu wissen gibt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie immer ganz oben jede Menge Social-Netzwerke. Ansonsten findet ihr dort auch Amazon Affiliate in der Videobeschreibung, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß.